Und ich wollte schon immer mal eine Flusskreuzfahrt machen, wirklich, du nicht, ich stelle mir das so romantisch vor, aber ich glaube halt, man ist halt dann da wirklich mit Abstand die allerjüngste Person auf so einem Schiff, weil der also ab 80 ist glaube ich da, aufwärts ist da so Publikum bei so einem Fluss, schade, und dann riecht es halt immer nach Pusche, dann liegt mal ein Gebiss irgendwo rum und da hat man auch keine Lust drauf. Ja, und es riecht halt auch nach altem Fisch, das ist jetzt, also rein, Flüsse riechen immer nach Fisch irgendwie, gerade im Hochsommer, du warst noch nie am Rhein, oder? Na doch, in Köln war ich schon. Ja, in Köln. Aber da riecht es jetzt nicht nach Fisch. Nein, da sind andere Substanzen, die das noch verdecken. Das ganze Kokain, was da in den Fluss runtergeschüppert wird, das neutralisiert ja auch den Fischgestein. Den Fischen dort geht es gut. Die schwimmen so richtig schnell immer durch Köln durch und dann direkt nach Düsseldorf rüber. Du, die schwimmen manchmal so schnell, dass die gar kein Wasser dafür brauchen. Das sind die fliegenden Fische. Das sind die fliegenden Fische, die sind da manchmal einen Meter über Main, da fliegen die drüber hinweg. Wuii! Ah, das ist schon bunt hier. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020